Ich habe den linken Teil der Wand hauptsächlich gemalt und es geht in erster Linie um Spam, um die Idee von Graffiti, wie es angefangen hat, aber auch in der Übertragung im heutigen Kontext. Das heißt also im öffentlichen Raum, wo es entsteht und vergeht. Das Konzept von unserer Wand soll eigentlich eine Menge verschiedener Elemente zeigen, eine Menge verschiedener Möglichkeiten. Um das Ganze unterzubringen, haben wir gesagt, wir zeigen die Geschichte, die Entwicklung von Graffiti in ihren verschiedenen Stilen und in ihren verschiedenen Zeitaltern. Graffiti und Werbung treffen sich ja im öffentlichen Raum. Das ist der gemeinsame Spielplatz. Daraus entsteht dann ja auch ein Spannungsfeld, was für mich persönlich auf jeden Fall auch ein spannendes Gebiet ist. Ja genau, Kommunikation im öffentlichen Raum ist eine Sache für einen Graffiti-Sprüher, knallhart, klar, also logisch. Aber auch Werbung hat da natürlich das Hauptaktionsfeld. Alle Plakate sind eigentlich zum größten Teil im öffentlichen Raum. Natürlich auch Magazine, aber die gehören ja, wenn du so willst, ja auch dazu.